Herr Biegler, ich habe heute Abend hier in Rechthalte, dem Sensenbezirk, das Deutsch-Frei-Bogen-Gewerbe angesprochen. Wie gefällt es euch hier? Ich finde es immer wieder toll, wenn man an solche Anlässen geht, zu sehen, wie vielfältig so facettenreich vorhanden ist im schweizerischen Gewerbe, in der KMU. Ich finde es auch toll, wie sich die Betriebe im Ortsleben vielfältig engagieren, sei es in der Gemeindepolitik, sei es mit Gewerbeausstellungen, sei es in den Vereinen, im Sozialen, in der Kirche. Das macht letztlich die Vielfalt aus vom Gewerbe. Das ist letztlich aber auch der Beitrag vom Gewerbe an eine lebendige Gesellschaft. Wie arbeitet es, die richtigen Worte zu finden, die Leute zu packen und zu begeistern? Ich glaube, es geht einfach darum, dass man die Unternehmerinnen und Unternehmer in ihrem Erfahrungsbereich abholen und sich mit ihren Problemen auseinandersetzt. Das ist ja unsere Aufgabe, dass wir Lösungen erarbeiten auf der nationalen Ebene, wo letztlich, wenn ihr so weit unsere Kunden, unsere Unternehmerinnen und Unternehmer in ihren Betrieben helfen, dass sie einen grösseren Handlungsfreiraum haben, dass sie erfolgreich schaffen können.